Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Wir spielen heute Black Ops 2. Mit dabei ist der Iceman. Wir machen 1-1 auf Muke. Wir konnten endlich unsere Mausprobleme fixen. Und ja, jetzt kann man hier auch ein bisschen vernünftig spielen. Ah, verdammt. Weißt du, ich bin gerade auf die Taste gekommen, wo ich eigentlich einen Wurfmeißer so schmeiße. Weißt du, auf einmal lege ich mich wieder nach rechts, weißt du. Uh, look what you make me do. Damit schall einfach. Uh, I'm playing World War II. Uh. Back to the roots. Back to the roots to the roots. Weaphwhout. Back to the root. Fah! Tsk. We bacch. Wherever we gehen, weensen Tr ort troумen zu keren. Back to the roots. Fah! Das gefällt mir wieder irgendwie, also jetzt macht's wieder Spaß, weißt du, weil die Maus funktioniert Und was sagst du Lenno? Skyline, ne? Maus wurde nicht wirklich gefixt Ja schon Ach scheiße, aber wo Messer hat man eigentlich, ach ich hab das Messer gar nicht eingestellt, Option, Steuerung, Kampf So, jetzt hab ich das Messer auch eingestellt Wir sind nochmal aufnehmen So Hab ich drückt oder? Ja, wir sind nochmal aufnehmen, richtig Hehehe Reingelauert Hä, wo bist denn du schon wieder? Mädels und Jungs von Karim auch mal, wenn weibliche Stimme gehört Richtig, weil's bei mir sowas ja nicht gibt Hey, sorry, Toko Ich weiß, sag ich doch Gute Nacht Karim Ich wollte mich grad hinlegen Wissen du jetzt schon wieder? Round the map Oh Ich bin im Liedern in den Haus Oh Mann ey Camper Oh verdammt Hier drüben gespawnt Warum renne ich überhaupt noch durch, wenn ich weiß, wo du spawnst? Also sicher auch nicht Oh Oh What? Never Oh Das ist immer ein großes Visier, ne? Charim, wo hast du dich jetzt verkrochen? Haben wir nicht verkrochen ich glaube die ganze drum was du dich verkaufen dass wir noch steppen wir sind gerade vorbeigelaufen Irgendwo beim Liedern in den Haus hast du grad gesteppt. Ja. Jetzt darfst du mich wieder hören. Du meinst, ich muss jetzt zum Liedern in den Haus kommen. Richtig. Weil ich doch grad wieder hingelaufen bin, weil ich eben im Booten war. BK. Hä? Ach komm, Alter. Bist du mir grad so nicht hergelaufen? Ja. Wie lange? Bisschen. Fünf Sekunden auf jeden Fall? Länger. Echt jetzt? Ja, bist du dich eingeholt hast, Alter. Läuft. Hm? I'm playing World War II. I'm playing World War II. I'm playing Black Ops II. Oh ja, back to the roots, ne? Wie lange haben wir das Spiel eigentlich damals gesuchtet? Also ich weiß nicht, über 60 Tage hatte ich in diesem Spiel. Ähm. Ich glaube, wir sind lange hinter der Wand. Ich weiß. Warum scheint ihr auf dem Bildschirm? Ja, bei mir auch. Aber das ist die Logik von Black Ops II. Wie lange nicht. Im.. I'm playing World War 2 Ja man Dada 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 Lada Dada 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 Nete Dada Hey es macht wieder Spaß ohne Controller und so es ist echt ein Traum oder? Ich kann auch nur Controller spielen Ich nicht Gar nicht So macht das endlich wieder Spaß, Alter. Dann müssen wir noch LJ einen Minecraft-Account wieder besorgen. Oder er muss hier einen besorgen. Und dann geht's los. Für wie lange bist du mir hinterher gerannt? Seitdem du gespawnt bist. Echt jetzt? Ich hasse dich, weißt du das? Du bist direkt hinter mir gespawnt. So hab ich mir aber hinterher geheftet. Ach scheiße. Frag die Waffe nicht. Also nicht mit Mausentastatur. DSR meinst du? Ja man, ich kann mit dem nur mit Controller umgehen. Okay, lai. Das läuft doch. Ich weiß wieder wie man Quick-Shots macht. Weiß ich auch. Ich meine ohne dass du nach... Also ohne dass du repetieren musst. Okay. Okay. Er war so drauf. Er glaub sagt nein. Auf jeden Fall Leute, wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Mit ein bisschen Unterstützung. Kann man ja noch zu schießen. Ja, kann man! Wuhu! Allein dafür muss man schon bleiben. Genau, smash den Like-Button. Ey AJ, wie setzt man die Dicke so noch ein? Die was? Ohne und so. Mit 3, 4 oder sowas. Mit den... Mit den... Also mit den... Tasten. Ich hab's wieder. S3. Ja, danke dir. 3 und 4 und 5. Wo willst du denn jetzt hin? Komm doch mal her. Ich bin auch da. Bin doch oben drin jetzt. Pissratte. Du bist eine richtige Ratte. Ich war auch oben. Woher wusstest du, dass ich in dieser Ecke stehe? Gerone. Ach scheiße. Da war ja was. Newtank hat's überall durchgebringen. Ja, das weiß ich. Wieso kommst du dann, wenn ich gerade aus dem Scoop wieder rausgelebt? Und gerade auch für die Lüftanzag halten. Oh Gott. Ich hatte dich überhaupt nicht gesehen, Alter. Ich war direkt vor der Nase. Ja, aber ich war mit dem Scoop ein bisschen weiter rechts. Heißt, ich hab... Ich hab jetzt deinen Arm gesehen und dann warst du spät. Walscht? Digga, willst du mich verarschen? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hör dich steppen. Immer noch? Ja. Du bist bei einem blauen Haus. Oder lila in deinem Haus, je nachdem. Hörst du mich immer noch steppen hören? Alter, ich neife, ne? Ich neife dir in den Rücken. Ich bin nicht mehr in deiner Scheiße. Das Spiel ist einfach so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich machen konnte. Wir haben das so lange gespielt, Digi. Und warum zum Teufel wechselt dieses Drecksgame denn nicht nochmal in der Kasse? Weiß ich nicht. Digga, ich war nicht mal in deinem Scheiß... Du bist denn jetzt schon wieder? Hey, wo kam jetzt du? Da. Ja, genau, Alter. Hacker. Hacker! Lad mir gleich mal einen Cheat runter, dann siehst du mal, wie ich spiele, wenn ich hacke. Nein, lass mal bitte. Du bist bei mir. Du bist bei mir im Haus. Mal in irgendein Scheißhaus. Nein, bin ich nicht, Mann. Ich hab dich doch gehört am... Wie willst du mich hören, weil ich im blauen Haus rumrenne? Bist du gar nicht. Ich hab den Striffel, ich hab irgendwas gehört hier. Ja, ich bin hier drüben, wie du siehst. Bleib hängen, Junge, diese Scheiße. Was? Du warst gar nicht bei mir. Geil, bei mir war ich schon bei dir. Ah, what the fuck, Alter. Der Noskop. Ja, jetzt gib mir wieder mal ne richtige Waffe hier. Vielleicht die MSR oder was? Oder Ballester? Ja, Mann, die MSR. Ja, aber es tut mir leid, ich war ja grad noch bei MV3. Kurz mal rumzelportiert. Das war niemals ein Headshot, aber ey. Headshot. Ups, falsche Waffe. Wie war das mit der Waffe? Ja, falsche Waffe, es tut mir leid. Echt jetzt? Ja, leg dich wirklich hin. Ja, durch dich durch. Ich musste grad noch nachladen. Ich leg mich hin, will schießen. Nein, ist nicht. Ähm. Ja gut, Ballester. Ich muss jetzt nochmal sterben. Kein Problem. Ficken. 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 Wenn du was machst... Ach. Ja? Ich hasse dich. Lenu. Aka Icemen. Icemen says nice, Mann. Was sagt der Iceman noch so? Dass er besser ist als ich Was sagt er noch so? Dass er schwarz ist Du kämpfst schon wieder in irgendeinem scheiß Haus oben drin Das weiß ich eigentlich Ich kämpf nirgends Was ist das denn hier? Du wusstest ganz genau wo ich bin Ja weil ich die Stecken gehört hab wie so ein Elefant Junge Ich campe nie das weißt du Taktisches Warten Richtig Wo campst du jetzt? Hier Ich camp nie Braust du mir nicht kommen wenn ich hinter dir stehe Ja ist ok Ich werde jetzt auch so campen Ja geil Ich kann Scheiße Was war da los? Was? Ich hab wusste ja wo du warst Aber wo weißt du das? Wenn man einen Schatten da durchsieht Wo bin ich jetzt? Da Hey woher weißt du das? Warum weißt du immer wo ich bin? Entschuldigung Feindliche Konterdrohne ist aktiv Feindliche Drohne nähert sich Warum? Woher weißt du dass ich da bin? Ich cheate Das kann doch nicht sein alter Weil eine Drohne hattest du nicht Doch hatte ich Ne eine Konterdrohne hattest du aber keine Drohne Ich hatte beides Die Konterdrohne hab ich automatisch die Ja weil ich sie direkt hintereinander eingesetzt hab Ne Suppe Da erst die Konterdrohne Nach die Drohne Ok Wird nämlich die Konterdrohne angesagt und ich kann ganz entspannt mit dem Drohne spiel Pisser Ah das ist tricky icky Hey wo gammelst du denn die ganze Zeit? Meinst du jetzt für meinen Final Kill? Warte wo war noch mal Warte wo warst du? Was siehst du jetzt? Unknown Soldiers Oh mein Gott alter Guck dir das an Na was sagst du? Naja seit wann bist du da rüber gemoved? Äh ich bin ja einmal hinter dir lang gelatscht Als du im Matchrechnung geguckt hast Boah scheiße Ja egal haut dir rein Wir holen jetzt noch den verdammten LJ an den Start Und dann fick mir keinen nochmal Ciao Jo alles klar Ciao